Zum Binden, auch von 19,90 Euro, das sind nur 20 Cent und dann können wir auch diese super schönen Hose da auf der Hand ziehen, die ist auch auf 19,90 Euro im Preis, sieht auch klasse aus zusammen, auch eine super feige Hose. Hier gibt es auch nochmal mit Streifen, sieht die auch ganz klasse aus. Also es sind richtig schöne, leichte Sommerhosen, die die auch mit diesen Katscher, die wir eben gesehen haben. Sieht die auch ganz klasse aus und dann ist dann hier oben nochmal dieses schulterfreie Denkel. Hier haben wir auch dieses Bleib nochmal, das Bult in Weiß, das ist auch von 24,50 Euro auf 19,50 Euro, sieht auch super schön aus. Hier habt ihr auch nochmal, auf 10 Euro, dieses tolle Shirt und dann passend dazu diese super Hose, denn die Krabriose wird dazu, sieht auch klasse aus. Also wie ihr seht, haben wir super schöne Sachen für euch, ja. Und jetzt geht auch weiter noch darüber, also kommt einfach mal vorbei. Hier haben wir noch tolle Angebote für 10 Euro, auch für ein süßes Flüsschen. Die sind jetzt auch, alle von 24,50 Euro auf 10 Euro runter. Und dann noch so einige verschiedene Kleinteile, die wir schon mittlerweile reduziert haben. Hier vorne haben wir dann auch ein bisschen was Eleganteres für euch. Das sind dann so elegantere Kleider. Aber ich glaube, die haben auch schon mal gezeigt, alle. Genau, so wie ihr auch die Rollfunkteile, die zwei Teile. Hier vorne haben wir den auch den Oberroll. Die haben wir euch aber, glaube ich, auch schon gezeigt. Und 39 ist der Rund auf 29. Ja, hier haben wir den, für heute noch so verschiedene Blusen hin. Eine, die ihr auch schon gesehen habt, die zeigen sich jetzt immer so die echte Blusen, Gläser und der noch ganz teuer Schiff von Blüsen. Wir haben den Arm, die man auch ganz gut geht, wenn es ein bisschen kühler wird abends, kann man die auch sehr gut anziehen. Jo, dann würde ich mal sagen, bis auf Fenster sind wir jetzt so weit durch. Also denkt dran, liebe Leute, dieses Jahr ist wirklich der letzte Sommer bei Ullalamun. Also es geht jetzt bis, man kann sagen Mitte, Ende September, haben wir bei euch fortlaufende Angebote. Ja, also wir wollen wirklich nochmal sagen, so, damit ihr uns auch ein bisschen noch in Änderung haltet, auch hinterher noch. Jo, dann sage ich jetzt einfach mal, ich freue mich auf euch, auch in jedem Teil, da ist nicht verbissen. Oder auf Herzchen drücken. Oder wenn ihr auf TikTok seid, auf TikTok auf Herzchen drücken. Genau, auf TikTok. Genau. Und auch auf Herzchen drücken. Ihr dürft uns auch gerne folgen. Und ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Es kommt ja noch weiterhin noch Sachen dazu. Kommt einfach vorbei auf die Bergisch-Klapperstraße 576 in Köln-Holbeide. Es ist 51067, Köln-Holbeide. Das solltet ihr jetzt auf den Navi eingeben. Ja, aber normalerweise können wir bleiben, müsst ihr auch gehen. Bergisch-Klapperstraße 576 oder Rutsch-Klapper rein. Unter die Telefonnummer Köln 0 2 2 1 29 77 375. Also die Frage nach, könnt ihr mich gerne löchern. Die Eröffnungsscheidung ist von Montag bis Freitag, sind wir ja immer noch da, durchgehen, ist geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Und dann nochmal, Samstag bin ich jetzt auch wieder da, von 10 bis 13 Uhr. In Facebook könnt ihr sie auch anschreiben unter UlalaMode2. Ihr könnt sie auf TikTok anschreiben unter NiceFriends7. Ihr könnt sie auf YouTube anschreiben unter NiceFriends. Und auf Instagram unter NiceFriends2 oder so. NiceFriendsYouTube2, irgendwie so. Das weiß ich nicht. Ja, genau. Aber wir haben jetzt alles so verlinkt. Genau, wir haben euch alles verlinkt auf YouTube. Genau, ist alles verlinkt. Also könnt ihr da ohne weiteres nachlegen. Ihr könnt mich auch immer rufen. Genau. Also Twitter hat sie auch unter NiceFriends. Also es wird Wege finden. Ja, also auf jeden Fall sind immer zu finden. Ja. Oder kommt einfach vorbei und schaut euch einfach mal durchfuhren. Wir haben auch hinten noch unsere kleine Ecke, Geschenke-Ecke. Die zeige ich mal ganz, ganz schnell. Na, die ist ja auch für euch nochmal da. Da haben wir so allzu kleine Geschenke, Yu-Gi-Oh-Karten, Animal Crossing-Karten, Yu-Gi-Oh und Pokémon für 50-Centier-Karte. Weil, also die Auswahl ist auf jeden Fall noch da. Hier so unsere kleine Schülke-Ecke, wie man so sagt. Einfach mal so reingucken und so ein bisschen mal, ja, einfach mal relaxen in der Ecke. Hier sind so ausgefallene Sachen. Genau, hier könnt ihr schön oder für Freunde vielleicht oder so. Oder so kleine Geschenke, Geburtstaggeschenke oder auch für sich selber, der, na, das ist ja so, das gefällt mir gut oder kann ich mich gebrauchen. Ja, und dann haben wir ja auch, also so ein bisschen was zu haben, da haben wir auch so Brustfreunde, haben wir auch so Drachen. Und Fantasyfreunde, genau. Fantasyfreunde, haben wir auch diese Drachen, sage ich, wo ihr auch so einiges reintun könnt. Oder auch hier diese Tore, die kann man auch öffnen, den schwarzen Spiegel, Wintergaben oder auch diese Tore, dieses Kreuz, die könnt ihr auch so klein kommen, so kleine Sachen reinnehmen, klein paar Fünnflächen oder Schmuck, genau, so kleine Ringe und was euch einfällt, was für euch alles so einfällt, genau. Und das selber haben wir jetzt auch nochmal, hier vorne ist auch Sterlingsilber, das hier sieht mittlerweile jetzt auch sehr beliebt, Sterlingsilber, also echtes Sterlingsilber. Die Steine ist Turkischstein, das Ganze ist Handarbeit, ja, der Schmuck ist echt, Sterlingsilber, Handarbeit, ist ein sehr hochwertiger Schmuck, da ist manche Teile schon 60, 70, 80 oder 50 oder 40 Euro dabei. Und das ist jetzt für euch reduziert auf je Teil, also hier ein paar Ohrringe oder auch ein bisschen hier, ja, genau, so einsarbeitig, was ihr jetzt hier seht, hier auch die super schöne Broschen, das ist alles Handarbeit und das ist jetzt je Teil, so welche Brosche, auch die Brosche, ab 10, also nicht ab 10, sondern je Teil 10 Euro, also wir haben hier auch ganz tolle Armbänder noch dabei, das sind auch so für 40 Euro liegen, nämlich nett, und Sterling selber ist nun mal auch nicht gerade sehr preiswert, die Armbänder könnt ihr gut verstellen, nach eurem Armgelenk, also noch ein bisschen drücken, ne? Also sieht immer super schön aus, ist auch ein ganz tolles Geschenketipp zum Beispiel, so als Geburtstaggeschenk oder einfach mal zu Freundinnen hingehen, mal was Hübsches mitnehmen, Schakolinen, sage ich jetzt mal, einfach mal einen schicken Ring mitnehmen oder auch so handarbeitiges von diesen Schmuckstücken. Gut, ja, dann würde ich jetzt mal sagen, wir sind jetzt durch, ich freue mich auf euch, ja, und freue mich auf jeden Fall wieder, denkt dran, letzte Sommer in 05, jetzt kann ich nicht oft genug sagen, und jetzt sage ich aber mal, Tschaui, bis demnächst.